Hallo zusammen, mein Name ist Thomas, mein Kanal ist Brodies Filmkritiken und ich danke herzlich für die Einladung hier in diesem Kalender über meinen Lieblingsfilm zu sprechen. Das wäre eigentlich The Faculty, zu dem habe ich aber schon so viele Videos gemacht auf diversen Kanälen, das hätte keinen Reiz darüber nochmal zu reden. Ein nächster Titel wäre dann wahrscheinlich Der Club der Toten Dichter, aber auch zu dem bin ich dieses Jahr mit einem anderen Weihnachtskalender schon zugegen. Deswegen habe ich nochmal ganz tief in mich und in meine Vergangenheit geschaut und überlegt, welchen Film ich hier präsentieren könnte. Und es ist ein Film, den glaube ich niemand mehr auf dem Schirm hat. Der Film heißt Hacht auf Sendung im Deutschen, Originaltitel Pump Up the Volume, stammt aus dem Jahr 1990 und in der Hauptrolle haben wir Christian Slater. Und er erzählt etwas, was aus heutiger Sicht schon in gewisser Weise nicht mehr vorstellbar ist. Christian Slater heißt im Film Mark Hunter und er ist gerade mit seinem Vater und seiner Mutter in das Kleinstädtchen Paradise Hills in Arizona gezogen. Mark ist eigentlich hochintelligent und ein cleverer Knabe, aber er hat eine totale Phobie im Umgang mit anderen Menschen, fühlt sich an der neuen Schule nicht wohl. Und er steckt voller Emotionen und keiner Möglichkeit, diese mitzuteilen. Und deswegen findet er sein Ventil. Das ist ein Kurzwellensender, den er in seinem Keller hat, mit dem er anfängt, jeden Abend seine Emotionen, seine Gedanken und alles, was er will, in den Äther zu jagen. Und der Film setzt schon zu einer Stelle ein, wo die Schüler von Paradise Hills ihn kennen, ihn hören, da er aber durch einen Stimmversteller, einen Harmonizer, das heißt es im Film, spricht. Und er sich mit dem Codenamen Hard Harry bezeichnet, ist den Schülern an der Schule seine wahre Identität nicht bekannt. Nur die etwas pfiffige Nora, gespielt von Samantha Mathis, bekommt relativ schnell mit, dass der schüchterne Mark wahrscheinlich der entsprechende DJ ist. Allerdings nimmt die Situation relativ schnell dramatischere Züge ein. Das will ich jetzt nicht ausführen und spoilern. Aber es gibt einen Schüler, der mit Mark in seiner Sendung telefoniert und infolgedessen etwas Schlimmes passiert. Und fordern sind die Behörden, die Schule und all diejenigen auf der Jagd nach dem Diss-Jockey, dem sie die Schuld geben. Und warum ist dieser Film für mich so wichtig? Weil ich war selber im Jahr 1990 ein bisschen jünger als Mark. Also ich habe den Film, glaube ich, 1994 oder 1995 das erste Mal gesehen. Aber da war ich ziemlich genau in dem Alter, in dem Mark im Film auch ist. Und in einer gewissen Hinsicht war das im Film ich. Also ich habe selten einen Fall erlebt, dass ich mich mit einer Filmfigur so gut identifizieren konnte. Damit meine ich nicht, dass ich damals Blackjack-Kaugummis gefuttert oder geraucht habe, so wie Mark es im Film tut. Und ich hatte auch keinen eigenen Radiosender, mit dem ich mich an die Welt gewandt habe. Darum geht es nicht. Aber eine schüchterne Außenseitergestalt, eine Nullnummer oder wie auch immer der Film das präsentiert, das bin ich in meiner damaligen Zeit. Und das ist das, was ich in dem Film mit so wertvoll finde. Er zeigt, dass eine solche Person voller Gedanken, Emotionen, voller wertvoller Dinge ist, die man aber nicht so leicht mitteilen kann. Und ebenso hat er ja im Film die Szenen oder generell so den Part, dass er viel mit den Schülern seiner Schule telefoniert. Und es gibt dann so einen etwas übergeordneten Plot, dass die Direktorin der Schule da eine Intrige macht und unwillige oder ihr nicht gefallene Schüler von der Schule verweist. Das ist ein bisschen over the top. Aber trotzdem haben wir hier diverse Nebenhandlungen, wie zum Beispiel eine Musterschülerin aus reichem Haus, die so unter dem Druck, der von allen Seiten auf sie ausgeübt wird, zu zerbrechen droht. Und insgesamt gibt dieser Film einfach ein Gefühl von Verlorenheit ab. Wir haben hier junge Menschen im Jahr 1990, die wahrgenommen werden, verstanden werden wollen. Und das ist sowieso mein Urbedürfnis. Wenn ich nicht verstanden und gehört werden wollen würde, würde ich meinen Kanal nicht machen. Und hier ist das, was man aus heutiger Sicht ja gar nicht mehr vorstellen kann. Marc nimmt im Film diesen Kurzwellensender und macht den Piraten-DJ. Und in der heutigen Zeit würde das über Social Media gehen. Und in der damaligen Zeit gab es das halt nicht. Und das ist eigentlich das Faszinierende oder das ist das, was ich aus heutiger Sicht total spannend finde, dass da jemand so diesen Drang hat, seine Emotionen in die Welt zu tragen und nur diesen Weg wählen kann. Ansonsten für mich natürlich, ich bin ein älteres Semester. Der Film ist mit einem großartigen Soundtrack gesegnet. Es gibt auch hier und da Leute in Nebenrollen, die man dann noch aus anderen Filmen kennt. Und Christian Slater und seine Filmpartnerin Samantha Mathis spielten ja zum Beispiel dann vier Jahre später oder fünf Jahre etwa bei Operation Broken Arrow nochmal zusammen. Und es ist ein Film, den ich mir wahrscheinlich schon dreistellig angesehen habe und immer wieder gucken kann. Einfach als wäre ein Teil von mir in einer gewissen Lebensphase hier auf Film gebannt. Und so, wie man dort Mark Hunter erlebt, so könnte man mich erleben. Und das ist ein großes Geschenk, das einem ein Film schon mal machen kann, dass man sich selbst darin wiederfindet. Das kommt sehr selten vor. Ist ja natürlich auch ein Zufallstreffer, weil Regisseur Alan Moyl kannte mich nicht. Aber wenn das passiert, sind das die Filme, die einem unglaublich ins Herz gehen und da auch für immer bleiben. Und deswegen dieser Film an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Weihnachtszeit, einen wundervollen Advent. Viel Spaß mit diesem Adventskalender. Auf zum nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.